hallo meine lieben freundinnen und freunde des synchron schwimmens herzlich willkommen zu let's play resident hd remaster und wir waren gerade in dem schicken haifisch becken und ich habe jetzt gerade da nebenan abgespeichert gewartet also wo ist er da karte also ich war gerade hier bei der schreibmaschine und jetzt gehe ich wieder da rein da sind die bienen und wir können jetzt da in die erste tür öffnen wenn ich jetzt reingehe siehst du die erste die bienen nicht erschießen da reinkommen sie haben den schlüssel für genau also jetzt rein sie brauchen nicht mehr ablegen ja jetzt kommen rein 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 sonst kommen die bösen bienen so ist ja ein horrorspiel ich sag das ist ein horrorspiel in den nördlichen gang also oben warte wo er eine leiche findet nimmt das insektenspray das da kommt eine leiche mit einem schmerzverzerrten gesicht sie hält etwas fest da war das muss ich jetzt warte jetzt wieder raus aus wo er ein leitenden zeiten springen mit jetzt wieder raus aus dem flur nach norden aha genau genau jetzt kapiere ich ja was gemacht wir müssen jetzt wieder zurück und da wo die bienen sind warte a 003 da müssen wir nicht hin wir müssen wieder raus und dann das spray da rein wo die bienen rausgekommen sind so verstehe ich das warte da am ende vom gang warte weil sie uns belästigen die mich hier ewig da hat in dem loch da hinten siehst du nehmen wir jetzt das bienenspray warte sie sehen einen großen bienenstoff warte so dass verwenden jetzt aber hallo endlich sonst kommen wir ja nicht so gut sonst haben wir keine keine hu die restlichen noch weg töten auch die zappelt noch okay ich jetzt hunig hier ha 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 bienen sind nützliche tiere da kann man drauf treten wenn es keine bienen mehr gibt dann sterben die menschen auch weil die bienen bestäuben die pflanzen und wenn die pflanzen nicht mehr bestäubt werden gibt es auch nichts mehr zu fressen weil wir keine pflanzen ohne pflanzen die tiere fressen ja auch pflanzen also nahrungskette da ist die nahrungskette unterbrochen also wenn es keine bienen mehr gibt gibt es bald auch keine menschen mehr sagen wir es mal so ja ja muss man sich mal weil es heißt ja immer komm natur scheiß auf die natur für was brauchen wir bienen wenn es nichts mehr zu fressen gibt dann gehen wir ins mcdonald's oder ganz einfach aber wie gesagt wenn die wenn es keine bienen mehr gibt werden die werden viele 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 pflanzen nicht mehr bestäubt und dann haben viele 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 tiere nichts mehr zu fressen und dann haben viele 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 menschen nichts mehr zu fressen und dann sind viele viele alle tot gut ende ja das ist so ist das gleiche wicht der natur muss man sich mal vor augen halten naja also in 100 jahren gibt es ist die menschheit sowieso ausgestorben 100 jahren ist immer gut lassen wir das mal gut plötzlich ist so wie ich hier hoch da ist noch eine ist so blitz da oben da steht in eine bühne ist noch doch das sind motten wo muss ich jetzt sind warte lauft wieder in die galerie und dann weiterhin diesmal an der leiche vorbei also das kann man nicht noch nehmen oder ist das dann nicht noch was nie gehen wir wieder rein an der leiche vorbei noch ein resident also darauf wieder 003 ist da an der leiche vorbei kommt hoch da ist wieder irgendwas unangenehmes und und hier nehmen wir noch ein resident schlüssel ja hallo und das schaut aus hier ob die arme oder bös was haben aufs auge gekriegt der ärmste gut diesen benutzt ja auch gleich beim zimmer 003 das warte und sonst gibt es da nix mehr oder wie da ist noch was gut da benutzen wir den an du ich will das heute noch fertig kriegen eine sammlung diverse alter das kriegen wir heute noch fertig das spiel oder dann können wir das nächste nämlich anfangen das hoffentlich bisschen grafisch also ich meine auch steuerungstechnisch interessanter hoffentlich ist also resident evil das nächste das spielen wir jetzt alle durch und das ist aber dann die grafik besser garantiert und auch die steuerung und vielleicht ist auch optisch interessanter aber es ist eigentlich ganz lustig hier oder aber das muss man jetzt doppelt durch beruch da bringt schon was achtes farbband nie braucht man nicht da ist ein speicherpunkt oder das wollen wir mal schwer hoffen hier könnte speichern und findet ein bücherregal mit roten bücher ohne speichern erstmals speichern man hat da sind die roten bücher und speichern ja jetzt einfach da drüber eine warte auf jahr drücken klack 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 die spiel macht ein beendet warte war ja was ist da noch warte da ist doch noch ein zimmer und sie sind da drin da muss ist da drin gar nichts da ist die klassische badewand voller schmutz wasser stöpsel war ja hoffentlich habe jetzt keinen fehler falschen fehler was kommt dazu tage war ja ein deutschlein sonst nix hier oder wie kommt die verarschen die mich wieder auf war ja die wurzeln einer art wie aua ja aua ja aua ja das ist mir schwanz schon wieder böses dann ja kommen das interessiert keine so gehen wir daraus worte als da war ist das komme ich nicht mehr raus sagt jetzt dass ich nicht mehr rauskommen jedoch ich muss jetzt das buch einsetzen worte 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 auch scheiße worte worte auch menschen eine süße konstanz in groß aufnahme fotografierung jetzt muss ich da die bücher sonst aber da nichts mehr oder ein altmodisch ist aber die versorgen die einen hier mit infos das ist immer feierlich nicht die bäume versperren in die sicht da versperrt mir auch aus der sicht bin ich bin sicher sie ist von einem schwarm wütender motten umgeben das freut mich jetzt hat jetzt müssen wir da die bücher worte bücher ein weißes buch steht dazwischen das müssen wir jetzt auch sehen worte hier setzt ihr euer rotes buch ein sortiert die bücher richtig ein und erlöst seinem mechanismus aus wenn er jetzt durch die tür geht müsste gegen eine riesige pflanze kämpfen wollte das umgehen gibt ist ein alter notifik ja den wollen wir wissen worte oder für den alternativ geht wieder raus aus die zimmer anschaut euch die also gut jetzt muss ich erst mal deshalb das ding rausnehmen oder organische chemie wahnsinn ach komm ja auch scheiße das muss ich merken jeder steht aber zum glück in der lösung oder ja meinst du ich merke mir das kommt und jetzt muss ich das rote buch einsetzen ja ja die lücke also ja muss man sortieren naja verstehe schon jetzt muss ich das rote buch reinhauen worte verwenden und jetzt die einbände der bücher scheinen eine art der art die venus von milo oder sie liegende venus oder ist es die venus von milo zwei bücher vertauschen zwei bücher ja ich muss sie vertauschen ach so wie jetzt zwei bücher vertauschen worte wie geht es das ist der fuß der muss ganz rüber wir gehen das die vertauschen des zwei bücher tauschen das muss jetzt wie funktionieren jetzt die kacke das ist das ende zwei bücher vertauschen ach so jetzt war dort zwei bücher vertauschen da bin ich zwei jahre beschäftigt zwei bücher vertauschen ach du scheiße ach so ach du kacke da kann ich jetzt zwei jahre tauschen worte das ist das ende worte welches ist denn als zuerst das war also das worte hat er kann jetzt drei jahre tauschen gut jetzt weiß ich es jetzt war auch du scheiße da kann ich zwei jahre tauschen das kommt ganz rechts hin oder das kommt ganz rechts hin aha jetzt glaube ich habe ich fast ein bisschen kapiert wofür ist in der kopf aber nie war hatte zwei bücher vertauschen ja zweite zweite das muss ich jetzt vertauschen mit dem da oder genau jetzt ist das schon fast ich jetzt warte jetzt kommt vertauschen jetzt kommt desto gestern vertauschen mit dem da oder ja sollte nie den fuß stimmt schon das muss wir vertauschen mit mit dem da oder jetzt müssen ja toll gut jetzt können wir da reingehen wollte nee was war der normale weg das ist eigentlich wurscht dann oder müsste wenn ihr jetzt durch die tür geht müsste gegen eine riesige pflanze kämpfen wollte das umgehen gibt es ein alter nach kommen jetzt gehe ich durch die tür und kämpft gegen die pflanze kommen das ist doch scheißegal oder kann ich noch mal speichern jetzt wartet speichern noch mal kommen und dann gehen wir mal einfach weiter oder warte naja jetzt tue ich bin ja wahnsinnig schlau ich bin ja wahnsinnig schlau warte entschuldigung kaffeepause ein schlau für die intelligenz für schlauheit brauchen wir koffein moment sekunde in rauen mengen wir müssen also speichern komm jetzt haben wir einfach da drüber kommen und jetzt gehen wir einfach raus kommen das kann mich kann mich am abend besuchen jetzt gehen wir einfach da raus kommen gegen die pflanze kämpfen kann ja nicht so schwer sein wo ist jetzt die pflanze warte wo bin ich denn ach da au komm paar magnums draufhauen wo ist denn die hä oh ne wo ist denn die siedel wo muss ich denn da hin erwarte ich muss rauf wahrscheinlich oder auch rauf 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 sonst treffe ich die net oder und jetzt schießt nochmal auf hallo ist dessen schick der buchschirm leckt mich am abend jetzt ich habe nur noch sound nur noch auf einem kopfhörer stille gut gehen wir mit runter na gut ist es ja ein roher spiel schäuher woran hoppers jetzt also warte ich lese gerade den alternativen da muss man irgendwas mission gott da muss das mission ewig viel und muss mit zehn und da musste im aqua ring musste und ist das gemischte muss dann jetzt musste nur noch eine stelle finden wo er das gift benutzen können diese stelle findet ihr im aqua ring nun läuft er zurück in richtung galerie und weiter benutzt den geheimgang die es sollte danach könnte in helm schlüssel aus dem kamin und wer ja wenn ich das nicht gemacht habe wo gegen dort hin jetzt könnt ihr euch zurück ins herrnhaus gegeben wo ist jetzt der dreck schlüssel ich brauche jetzt irgendeinen schlüssel da bringt es noch also muss ja da irgendwo sein oben wahrscheinlich oder wo geht es denn da geht es wieder raus dann geht es gehen wir mal rauf sage jetzt etwas ja ich brauche im schlüssel oder ich bin ich jetzt das weiß keine sache da ist kein schlüssel und geht es denn da ich kenne mich warte darunter jetzt finde ich da sind warte da da blinks wo bin ich da da ist rot komme ich da rein die tür lässt sich nicht öffnen da hat doch gerade was geblinkt menschen wir die kamera mal da bringt das das ist der ha 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 hat und jetzt ist die tür jetzt geht die tür nimmer so jetzt muss ich es folgt eine sequenz danach könnt ihr den helm schlüssel aus dem kamin holen das war jetzt das oder das ist der helm schlüssel aus dem haus helm prüfen siehst du da sind helm drauf siehst du da oben helm das ist der helm helmut mein nachhilfe schüler darf ich das sagen deshalb kein datenschutz ich habe morgen wieder morgen gebe ich wieder englisch nachhilfe beim helmut der hat auch einen schlüssel der helmut das muss ich wieder da geht da geht es jetzt nicht wieso geht es da nicht die tür lässt sich gut dann gehen wir da wieder raus jetzt können wir den ganzen trecks weg zurückgehen oder jetzt tun wir aber speichern da können wir davon auch speichern oder warum blinken das weil ich da drin bin und warum ist da noch was rotes worte da ist doch noch was rotes das ist aber immer noch zu bist du ach da hätte ich jetzt für den assist achte sind die da hätte ich jetzt mit den lampen da und den kack genau hatte das wäre um den alternativ zu besiegen aber ich das haben wir ja helmschlüssel aus dem kamin jetzt könnt ihr zurück in das herrenhaus ich schaue gerade zehn minuten haben wir noch jetzt könnt ihr zurück was für ein herrenhaus das ist große haus oder auch gott doch wie soll ich doch jetzt könnt ihr euch zurück in das herrenhaus vergeben sobald im herrenhaus ich krieg flöhe residenz es ist nicht das ja da wo der pfeil ist muss ich jetzt raus oder auch du scheiße da müssen wir am weg noch mal speichern jetzt passt obacht oh nee leck mich um und schuss kommt für keine sau au wie viel what the hell is this nein aha doch doch das ist schwarzen leger was passiert jetzt du bist verlassen ich muss andere richtung oder zurück ins was war das bienen ausgehen war ja jetzt muss ich darüber klettern jetzt ist die pflanze aber weg oder wartet speichern aber kommt speichern weil sonst haut mich hier wieder irgendwas von der socke sie können hier feiern hat das ziemlich inhaltig geladen soll ich gelesen abstellraum an der orgel hallo ja klack 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 so dass wir ins herrenhaus das ist das haupt hauptding oder wie komme ich noch hin ich weiß gar nicht weiß nichts mehr lebt mich heute Abend. Pause. Geht's jetzt aber nicht da, da, ich muss, der Pfeil heißt jetzt, ich muss da wieder raus, oder wie? Warte, wo geht's denn? Ach Gott, wo geht's denn da hin? Was war denn das für ein Kack? Geht's denn da hin? Geht's da ins Herrenhaus? Sag jetzt nicht, dass es da ins Herrenhaus geht. Ach nee, ach, das war die Bar, mit dem Plattenspieler. Gut, also ich muss jetzt den ganzen Drecksweg zurück, den ich nicht mehr weiß. Schau, wenn du das nicht an einem Tag spielst, dann weißt das auch schon gar nicht mehr. Ähm, dann muss ich, ach komm, da raus, oder? Heißt der Pfeil, dass ich jetzt da raus muss, oder wie? Ins Herrenhaus, also ganz am Anfang, oder wie? Nee, 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 komm, jetzt muss ich durch die ganze Wildnis wieder durch, oder wie? Hm, 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 hm. Hm, leck mich an m- Wo bin ich denn? Jetzt kann ich den ganzen Drecksweg, da ist überall zu. Wie soll ich denn da hinkommen? Damit, wo der Pfeil ist. muss ich raus oder oder auch kommen da kommen wieder böse ist weil ich bin ich das weiß die keine keine sau kennt sich aus du kannst immer nur jetzt kommt was da steht auch nichts davon in der lösung ist das war ein böses wort was mich auch freut ja das war jetzt ein böses schüttert und und ich habe vorher macht ja bei mafia ist aber noch schlimmer war für drei ich habe vorher gespielt watchdogs 2 das ist ganz brandaktuell da ist jedes zweite wort voll 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 ab 18 wirklich ich will es ja nicht in die einzelheiten gehen und hier hier da ist nach drei stunden kommt mal ein shit watcher her und soll das ist dessen nicht sauberer bildschirm her muss doch nicht sein oder dass das als der watchdogs und mafia 3 die die schmeißen um sich mit schlimmsten pubertären ausdrückten kommen da denkst da kommt ein bisschen kindergarten also kinder im kindergarten die 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 sprappeln das gerne nach weil sie das cool und schick finden also die neuen spiele heutzutage und deswegen dürfen die auch bloß ab 18 sein weil die schmeißen damit pubertäre sonst versprache um sich muss doch nicht sein das nervt mich furchtbar und hier ist wenigstens noch sauberer bildschirm schon mal her sauberer pc einmal kurz shit gesagt das reicht wieder kommen und sonst nichts das oder muss doch nicht sein oder mich nervt das so sogar muss zu denken ja cool cool alter das ist cool das spiel kam ich mal weil da wird ständig pubertätssprache gebrabbelt muss doch wirklich nicht sein oder komm jetzt gehen wir noch aus gleich was böses kommen kommen muss ich jetzt einmal da zurück oder wie da ist aber alles zu oder wie sagt jetzt nicht dass ich da nicht zurückkommen weil da fang ich schreien dann da ist alles zu kommen dann dort noch mal zurück noch mal ein hinten drauf und vorneweg schau das reicht doch an brutalität also da muss man doch nicht auch so eine pubertäre babysprache das habe ich falsch gedrückt wir kommen als aus als überall zu kommen jetzt daraus worte da worte was ist das kann jetzt die batterie wurde entnommen jetzt komme ich da nicht mehr raus die stromversorgung irgendwo muss hier eine stromgründe sein ach scheiße da ist die batterie leer ich habe aber keine batterie oder wo ist denn jetzt die drecks batterie wo ist denn jetzt zurückkommen da komme ich auch nicht mehr raus entschuldigung da geht es auch nicht raus warte das ist es ach das ist es warte nee das ist das andere doch da geht es raus wieso wieso ist denn wieso geht es hier und beim anderen nicht erklären wir das schnell ich muss zurück ins herrn draus war jetzt gar nicht den ganzen heißt der pfeil was heißen in die tricks pfeile sag jetzt bitte dass ich richtig bin weil sonst habe ich da wieder durch oder muss ich den ganzen weg jetzt zurück sagt man das bitte wahrscheinlich aber aber wahrscheinlich oder aber hallo jetzt bin ich da jetzt kacke menschmann meyer scheiße da steht überhaupt nichts in der lösung jetzt könnt ihr euch zurück in das herrn aus wie geht es ist noch irgendeiner wo das war noch kommt und jetzt man da rein jetzt oder ich bin jetzt so richtig ich war ja wo bin ich denn jetzt ich hätte das ist es bin ich da oder ist es speicherraum ost so gott aha da haben wir das ding eingesetzt sollte jetzt muss ich einfach wieder zurück der spiel macht mich fertig der spiel macht mich fertig jetzt gehen wir da rein oder jetzt passen wort ach au das war jetzt irgendwie herrungenschaft da ist die rote tür was ist die tür ist verschissen das wappen das ist am schluss wahrscheinlich kommen wir haben wir müssen pause machen kommen jetzt haben wir schon so lange gespielt gut das muss ich abschalten wir haben schon gut jetzt halte ich mal ab und gleich wieder eingehen also tschüss bis gleich und ich wechsel die unterwäsche bis gleich tschüss